Wenn ich jetzt was rede, hören Sie? Sie hören das? Ja. Okay, also der Müllbauer, der hat sein Fahrrad verloren. Und dann fiel ihm nichts mehr anderes ein, als zu sagen, okay, ich gehe mal zum Pfarrer und frage mal, ob der in der Predigt über die zehn Gebote sprechen kann. Also er geht zum Pfarrer und sagt, Herr Pfarrer, können Sie nächsten Sonntag nicht mal in der Predigt über die zehn Gebote reden? Ach, sagt der Pfarrer, das ist eine gute Idee, das mache ich. Und der Pfarrer erzählt natürlich, du sollst nicht stehlen und alle zehn Gebote. Und am nächsten Montag geht der Pfarrer spazieren. Wen sieht er da mit seinem Fahrrad kommen? Den Müllbauer. Da sagt er, ja sagen Sie mal, Herr Müllbauer, ich glaube, meine Predigt, die hat Früchte getragen. Ach, sagt er, nein, der Dieb hat sich das nicht so überlegt. Aber als Sie am Sonntag in der Predigt darüber gesprochen haben, du sollst nicht, du sollst nicht verlangen, deines nächsten Frau. Da fiel mir noch ein, wo ich mein Fahrrad stehen gelassen habe. That theimy für sie. Das ist 1,2 Uhr. Soll es, müsst ihr aufpassen? Soll ich que century life und höre. Soll ich leben? Hopen des באines lippen.